Bei einer Stiftung gibt es den Stifter, der einen Wert zur Verfügung stellt, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen, den er natürlich festlegen kann. Der Stifter überträgt also seinen Wert in die Stiftung. In unserem Beispiel gibt es viele Stifter, nämlich die zahllosen Staatsangehörigen der 26 Bundesstaaten, Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg und so weiter, die ihre Kollateralwerte und ihre Bodenrechte in die Stiftung Deutsches Kaiserreich eingebracht hatten. Das Besondere hierbei ist, Kollateralwerte und Bodenrechte gehören damit der Stiftung, nicht mehr den Stiftern. Die Staatsangehörigen lebten, liebten und arbeiteten natürlich auf dem Boden ihrer Stiftung, waren aber nicht mehr Eigentümer. Sie waren die Begünstigten und Nutznießer ihrer Stiftung. Der Kaiser sicherte den Stiftern im Gegenzug eine lebenslange Leibrente zu, das heißt, sie wurden auf Lebenszeit aus den Renditen ihres gemeinschaftlichen Einlagevermögens versorgt. Auch das polnische Zivilgesetzbuch kennt die Leibrente, da Polen teilweise auf dem Gebiet des Kaiserreichs liegt. Der Kaiserlichen Stiftung konnten sich auch andere Länder anschließen, deren Bürger dann ebenfalls Leibrenten berechtigt waren. Dieses gemeinnützige Staatsmuster zum Wohle aller Mitglieder kam dem vatikanischen Welteroberungstrieb natürlich vollkommen in die Quere. Was also konnte der Vatikan tun? Er hätte sich der Stiftung anschließen können. Nein, geht ja nicht, denn diese Welt ist nicht groß genug für uns beide, Baby. Er hätte eine eigene Stiftung gründen, also kopieren können. Nein, kein guter Gedanke, dagegen anzustinken bei dem Fleiß und den Fähigkeiten der Deutschen. Er hätte Krieg gegen das Deutsche Reich führen können. Das ist es, und zwar mit allen Ländern, die er damals unter seiner Kontrolle hatte. Und so kam es dann auch. Hast du etwas, was ich nicht haben kann, dann mache ich es dir eben kaputt, lautete das Motto. Neid, Missgunst, Hass und das alles unter einer Fischkopfmütze. 1919 wurde die Stiftung Deutsches Kaiserreich besetzt, aber die Vertragsverhältnisse der Stiftung blieben bestehen. Bedenke, wir Deutsche haben Ewigkeitsrechte. Der Stiftung gehören bis heute das Kollateral und der Boden. Da kommen die Plünderer aus dem Bundestag nämlich nicht heran. Und warum besetzen sie uns dann? Die Nutzung des deutschen Bodens wirft eine satte Rendite ab, und die wird regelmäßig ausgeplündert. Die Leibrente war die Rendite, oder sollte ich besser sagen, sie ist es noch? Damals betrug die Leibrente 850 Goldmark. 1990 wurde sie umgerechnet und auf einen monatlichen Versorgungsausgleich von 6.915 Euro festgelegt. Die Kaiserliche Stiftung hat nämlich unsere Werte gesichert und sogar eine Wertsteigerung erreicht. Die letzte Rate für die uns aufgedrückte Kriegsschuld aus dem Ersten Weltkrieg wurde 2010 gezahlt. Deshalb ist die Stiftung trotz untergeschobener Schuld jetzt schuldenfrei. Wir könnten alle verdammt gut leben, wenn wir nur endlich begreifen würden, was uns eigentlich so alles gehört, und dass wir natürlich die Plünderer zum Teufel jagen müssten. Aber solange die Herde mit Scheuklappen immer wieder zur Wahlkabine trabt, wird die Plünderung andauern und die bundesrepublikanischen Bürger müssen sich mit den Brocken zufriedengeben, die vom feudal gedeckten Tisch der Reichen fallen. Ich spreche das mal gnadenlos deutlich aus, in der Hoffnung, dass der Funke bei dem einen oder anderen die Schädeldecke durchdringt und dann hoffentlich nicht mehr die Rede ist von unseren Politikern, unserer Polizei oder einem Rechtsstaat. Und was ist mit den Reparationsraten für den Zweiten Weltkrieg? Die muss das Kaiserreich nicht zahlen, es hat ja nichts damit zu tun. Der Zweite Weltkrieg wird wohl eher über die Schenkung, Target 2 genannt, bezahlt. Dafür dürfen sich die Personalausweisträger dann Exportweltmeister nennen. Was für eine dämliche, hohle Phrase. Zurück zum Kaiserreich. Das Stiftungsprinzip ist offenbar die beste Möglichkeit, Werte zu erhalten, zu sichern und noch zu steigern. Zusammen mit der deutschen Wirtschaftsleistung würde dem Kaiserreich, ohne die Kriege und die hundertjährige Besatzung, inzwischen vermutlich das Vermögen der ganzen Welt gehören. Nun erkennen wir, warum die Weltkriege geführt werden mussten und von wem sie geführt werden mussten. Schau dir einfach an, wer heute am meisten besitzt. Wer hat denn einen Palast aus Gold? Wer hat den längsten, äh, das größte Teleskop der Welt? Bei wem tanzen denn die Staatschefs aus aller Welt an und bitten um Audienz? Wer spielt denn hier Gott? NATO, UNO, EU und andere Unterdrückungskonstrukte der Nachkriegszeit wurden lediglich geschaffen, um die Wirtschaftsleistung Deutschlands zu beschränken, sowie Kontrollstäbe, die atomare Kettenreaktion in einem Kernkraftwerk beschränken. Nimm die Stäbe weg und es knallt. Nimm die Besatzung weg und Deutschland explodiert in Wohlstand und Blüte. Man hat gezielt das Kriegsrecht eingeführt und hält dieses aufrecht, um den Liquiditätsfluss zwischen produktiven Menschen und wertsteigernder Treuhandstiftung Kaiserreich zu unterbrechen. Irgendwann musst auch du, ja du, entscheiden, ob du dich zum Wohlstand des Kaiserreichs bekennst und deine Ketten loslässt. Die Ketten in Form eines erlogenen Weltbildes, in Form eines ewigen Schuldkomplexes, die Ketten in Form eines Personalausweises, in Benutzung deines Namens, die dich fesseln und die du krampfhaft umklammerst. Komm wieder zurück nach Haus. Sei endlich wieder Deutscher.